wir müssen noch ein paar mit der jungs finden das können wir aber vielleicht das drehrädchen mitnehmen das ding hier wofür haben wir das noch mal gebraucht wenn ich meine türen offen sind wofür haben wir das entier in der bauwt lass mich überlegen Können wir uns erstmal mit uns umschleppen, bis wir dann Heilung brauchen und irgendwo finden. Ich weiß ja nicht wo die nächste Truhe ist, wird jetzt in der Truhe zu verstauen. Wir waren wir noch nicht. Ach Scheiße! Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Jetzt haben wir schon mal nur mit Tastat feilen. Das war ein Bödsinn. Jetzt sollte man dieses Rätsel jetzt lösen. Oh no. Oh, hier ist ein Tor. Oha! Oh, da ist noch mein Messer. Ich kann die Schränke irgendwie bewegen. Oh, ich kann da ja rüber. Wieso sollte ich sie bewegen? Aha, zu der Tür. Da komme ich so nicht. Ich verstehe. Ich glaube, das ist hier. Da bräuchte man den Hiebel um das zu bewegen. Oh, Munition. Ich habe so ein Hebel hier. Ich habe ein Ventilrad. Oh, das rote Buch. Oh, toll. Ähm. Ich weiß nur, wo es ist. Da bräuchte ich mal das Ventilrad mit Ruhe. Das wird, glaube ich, das Beste sein. Oh, Munition. Oh. Oh, Munition. Oh. 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 Da oben war ein Malank, oder? Das Buch. So, dann ist es woanders. Wo war das nicht hier? Hier oben haben wir den Janko. Oh, gut. Hm. Jetzt hätte ich schon welche verprügert. Oh, gut. Wo ich nicht rein will. Wo war der Raum mit der Wüste vom König? Einfach irgendwo in dem König. Ein bisschen Rätsel war es, mit Buch und roten Schlüsse zu halten. Hier bestimmt nicht. Sag mal. Hier nicht. Nehmen wir eine Truhe. Können wir mal speichern. Da habe ich den Jungen geschossen. Jetzt haben wir. Irgendwo hat man einen pompösen Skulpturerdings. Aber das auf der anderen Seite. Nach wie vor verschlossen. Langsam kenne ich mich hier aus. Hier gab es noch eine Tür. Hier. Vielleicht war das hier. Oh je. Art Room. Ich glaube hier war das. Ich habe das mal mit meinem Scepter. Ich habe das mal mit meinem Scepter. Ich habe die Nachricht erst mal ein. Ist für ein anderes Rätsel relevant. Ist für ein anderes Rätsel relevant. Ich habe das mal mit meinem Scepter. Ich habe das mal mit meinem Scepter. Ich habe das mal mit meinem Scepter. B Celine. Ich würde ihn schon einmal am Scepter. advertising which is werk. Mit dem pivot piercen. Aber dann würde ich einen Schlüssel gebrauchen. Ich würde ihn mir jetzt auf dem Zaidern线 verschlehen. und ist das die tür zum büro mit mit einem besonderen schlüssel verschlossen ich kenne die im anfang gar nicht haben kann wie kommt dann seinem ersten tag ins büro die zweite das sieht mir wie nach einem ein wohnen aus fisch skorpion und wasser einhorn medallion großartig die tür ist geschlossen das wird sie haben wir schon gelöst das wollen wir noch testen mit einem wohnen könnte könnte die statue stehen bestimmte karton im gebäude dann schließen wir hier mit noch was versprechungszimmer hier waren wir aber noch gar nicht im heizraum feuerleitung hier müssen wir mal hin presser oben vielleicht können wir über die feuerleitung runter die grünstrauben da waren wir ja schon die feuerleiter führt sie hin das ist wahrscheinlich nur ein Fenster ok wie können wir hier hinkommen da haben wir die Toiletten rum der wache das sieht so aus als könnte da irgendwas passieren das sieht man theoretisch durch aber dass das Gitter wohl nicht durch kam wo findet man den dritten Schlüssel die dritte wahrscheinlich in dem Bereich im Vernehmungsraumbereich und aktuell brauchen wir nicht da brauchen wir noch eine andere Schlüssel für grünen Schlüssel ich würde ansonsten nochmal versuchen hier durchzugehen da waren wir dann nicht mehr doch da waren wir eben gerade erst mal wir hätten das Büro hier geht es nicht weiter hier brauchen wir es nicht zu versuchen hier 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 jetzt werden wir hier 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 auch die hier ist noch Das ist mir das, wo wohin... Wenn wir ganz am Anfang gehen... Ein Kumpel verloren hat mich aber... Da habe ich Feuerleiter. Ich befürchte, dass wir hier was machen müssen. Oh Gott. Das sind viele. Noch ein Messer habe ich nicht. Gib mir mein Messer zurück. Jetzt sind wir hier. Ja, hier geht es halt noch weiter oder auch nicht. Jetzt hat das Flugzeug gefragt und da habe ich jetzt wirklich reing Bock. Oh, hier hat meine Kurbel gebrauchen. Super, jetzt weiß ich, wo ich die Kurbel gebrauche. Super. Hier eine Truhe? Nein. Ich hole mir mal die Kurbel. Ich komme da dann mal weiter. Jetzt sind wir nochmal zwei Plätze frei. Die Schlüsse brauchen wir erstmal nicht. Einmal speichern. Und an dieser einen Stelle hat die Textur ein bisschen Probleme zu haben. Ähm. Äh, was? Winifel. Damit ist die Flur ein bisschen zu Hause. Oh, die Falsche formen oder was? Ja, gut. Behalts mich trotzdem, das ist ganz schade. Ja, gut. ok ich hab ganz stark ich glaube da mal was in dem video zu sehen zu gesehen zu haben ich glaube da irgendwo irgendwas gesehen zu haben was mich vermuten ist dass das jetzt ganz doll in die hose geht zum glück haben wir gespeichert nein ok da kommen wir nicht durch das feuer irgendwie löschen ich hatte aber das hier etwas anderes passiert wir haben doch eine kurbel können wir die hier nicht benutzen 10 minuten 10 minuten 10 minuten die kurve für was anderes gebrauchen es wird zettet aboßen es mir auch noch nicht es ist auch kein ausrufezeichen das ist doch kein ausrufe und stockwerker stars büro die tür kommen wir nicht durch duschraum kämen nur durch dafür brauchen wir vielleicht eventiert nur darüber dass man hier kann man hier durch das wäre zu leicht sprich von dann lieber noch da wird keine ein Farmband verbrauchen. Können wir es uns leisten. Okay. Hier kommen wir jetzt am dümmsten dorthin. Hier ist die Bibliothek. Hier ist die Bibliothek. Hier raus können wir vielleicht meinen Lagerraum Kombinationsschluss Das war der Lagerraum nicht das wo der hier hinten drunnen stand. Und die Treppe hoch. Okay. Büro. Dann kann man durch das Büro gehen. Das ist ein wahnsinniger Umweg. Ich denke aber... Besser ist. Nun geht gleich die Medizion aus. Hier war es glaube ich. Das haut hin. Okay. Hier geht es zumindest weiter durch den Duschraum. Vielen Dank. Schwarzbogen. Nichts, wie war. Ich bin ganz, wie war. Schwarzbogen. Das war schon. Und, wie war es, jetzt nicht was. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020